Ich muss hierbleiben und arbeiten. Vater, ich sehe dich nie. Dein Leben passiert jetzt, vor deinen Augen. Es tut mir leid. Was jetzt? Was jetzt? Gute Frage. Was jetzt? Puh? Christopher Robin. Nein. Du bist hier in London? Ich hab dich seit Jahren nicht gesehen. Ich habe meine Freunde verloren. Wir müssen sie finden. Oh, hallo. Bist du auch auf einer Expedition? Ach, herrje. Puh! Hör zu. Sie dürfen nicht sehen, dass du dich bewegst und redest. Wieso nicht? Versuch einfach nicht so putzmunter zu sein. Putze. Spiel, dass du schläfst. Spiele mag ich. Dann zeig mal. So? Sehr gut. Haus, Wolken, Baum. Puh, was machst du? Ich spiele Sag, was du siehst. Geht Sag, was du siehst auch etwas leiser? Haus, Gras, Bäume. Christopher Robin. Er ist riesig. Und er riecht ein bisschen komisch. Ich rette dich. Ein gewöhnlicher Winstag morgen. Es ist immer ein sonniger Tag. Ja, los, hüft mit. Kerkel. Wenn Christopher Robin mit uns spielen mag. Dummer, alter Bär. Christopher Robin.